Und endlich zu Fallout 4. Tim ist schon ganz aufgeregt. Wir können es kaum abwarten. Wir haben jetzt die ersten paar Einstellungen gemacht. Wie ihr seht, ist unser Menü weiß und nicht mehr grün. Ja. Tim hatte gerade einen Volker. Ähm, ja. Wir werden jetzt ein neues Spiel anfangen und ich hoffe, ihr werdet es genauso sehr genießen, wie wir alleine diesen Startbild schon genießen. So, neues Spiel bestätigen. Und Ladebillchen. Es geht los. Es geht los. So lange gewartet heute. Du, Pikachu. Ich freue mich an so. Gott. Mein PC hat erst mal erkannt, es muss auf extrem hohen Einstellungen laufen. Finde ich gut. Und jetzt geht's los. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ur-Ur-Großvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach, gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen, die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Kursionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Dann es ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Und wenn ich eins in der Arme gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ja. Wow. War never changed. Ich heule gleich. Wow, sehr schön. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es Ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht, wie wir unseren Charakter nun erstellen. Wir haben uns entschieden, eine Frau zu wählen. Genau. Wir können aber trotzdem den Mann gestalten, denn der wird dann auch so bleiben. Wir können hier zum Beispiel auf A so vorgefertigte Gesichter nehmen. Ja, da sind natürlich nicht nur die Hübschesten dabei. Da fand ich die erste Version deutlich besser. An die habe ich mich auch ehrlich gesagt schon aus den Trailern so gewöhnt. Das Einzige, was ich mal schauen wollte, bevor wir jetzt auf die Frau wechseln, ist... Erstens, was gibt es für Frisuren? Oh ja, das eine sah ein bisschen aus wie der von GTA 5. Ja. Das hier, so das hier. Oh, Wohnwagen-Hit. Wohnwagen-Hit. Hieß das so? Warte. Wohnwagen-Hit. Ja, dann ist es definitiv eine Anspielung auf GTA 5. Würde ich mal so sagen. Special Force. Vollzeitjob. Rebell. Zottel. Zottel gab es auch, glaube ich, in jedem Fallout-Teil. Ja. Schmalzlocke. Oh Gott. Oh, das ist ein Alphamännchen. Oh Mann. Wir lassen den mal auf gepflegt. Das Einzige, was ich gerne mal gewusst hätte, ist... Da. T. Bart. Da hinten fährt der Mr. Handy rum. Mephisto. Mephisto. Revolverheld. Die Namen haben sich halt nicht wirklich verändert, von denen, die man jetzt noch aus den alten Vorder-Teilen kennt. Ich fand das mit Werten auch immer in solchen Spielen echt schwierig. Wobei, einziger Wanderer. Der ist gut. Der ist gut, ne? Warte, ich gucke nochmal den Re... Ne, das ist zu viel. Naturbusch. Ein Bursche. Gangs-Natur-Bursche. Das ist bei der Frau erst. Hier, Hollywood-Klassiker, der Porno-Balken. Ja. Die Bestie. Ombre. Ombre. Ja, da fand ich das eine schon echt gut, was wir hatten. Ja, der Lincoln. Abenteurer und bereit für das Ende. Ne, den einen, ähm... Wo war er denn? Ne, einsamer Wanderer. Der finde ich gut. So können wir den Lasten, wenn du sagst. Ohne Bart. So. Jetzt wechseln wir aber auf die Frau. Oh, geschonzt war X. Jetzt bin ich dran, Großer. Jetzt bin ich dran, Großer. Die finde ich eigentlich wirklich schon so gut. Ich finde die so auch gut. Das Einzige, was wir noch ändern, sind die Haare. Also die Haare-Farbe. Haare-Farbe, ja, ja, ja. Äh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Also wir können ja mal durchzeigen, wie hier... Oh Gott. Also wir haben vorhin ein paar Sachen angeguckt und, äh... Ja, wir brauchen uns auch die Frisuren noch nicht so gefallen. Da war nichts für uns dabei. Und so wie sie eigentlich am Anfang ist das eigentlich ziemlich gut. Und auch so die Haare-Farbe, die ist ein bisschen... Ich hätte halt gerne... Also wir können jetzt hier zum Beispiel den Stil wählen, ne? Da ist jetzt aber halt auch nichts so berauschendes bei. Ja, elegant finde ich. Elegant sieht gut aus. Und die Farbe hätte ich gerne in diesem... In dem einfachen schwarzen... Warzen schwarzen schwarzen schwarzen. Warzen schwarzen 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 und, äh... Aber so finde ich die eigentlich ganz gut. Achso, so kann ich die jetzt natürlich selber formen. Ich würde gerne nochmal hier auf Extras gehen. Make-up. Da kann man halt so ein paar, äh... Wie man sieht, so ein paar Sachen hinzufügen. Vielleicht was für die Augen. Ja, das sieht alles zu aufgetackt aus. Also das ist das, was wir mal hatten. Wir hätten so ein bisschen mehr Lidschatten. Ja, so ein bisschen Lidschatten. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wir wollen ja nicht zu viel. Oh, nee. Also das so gefällt mir. Das ist gut. Das geht. Hier kann man halt noch so Male auswählen. Das ist gar nicht. Makel. Hier so komische Eiterbeulen oder so. Oder irgendwelche Verbrennungen. Ja, so ein bisschen auch Schaden. Ich würde die, ehrlich gesagt, von ihrem Mann bekommen, hat sie einfach so, wenn sie nicht richtig gekocht hat, hat sie erstmal einen Ruf bekommen. So können wir, wir wollen nicht alles zeigen, den Körper noch ein bisschen anpassen. Ich würde die vielleicht sogar ein bisschen auf dünn gehen, so minimal. Ja. Da wir so ein bisschen ja auf Stealth und Sniper und sowas. Sollen wir noch gar nicht verraten, auf was wir gehen. Ja, stimmt. Das haben wir noch nicht verraten. Das kommt alles noch. Genau, das kommt noch. So, und dann würde ich die so lassen. Genau. Finden Sie gut? Finde ich gut. Sehr gut. Enter. Genau. Ja. Bestätigen. Und jetzt sind wir mit ihr unterwegs. So, automatisch speichern fängt schon an. Genau. Unseren Ehemann, mit dem können wir quatschen. Hey, Schatz. Warum schaust du nicht mal, ob das Frühstück schon fertig ist? Boah, der typische Mann, ne? Wohin mal Frühstück. Geh mal duschen. Seht nicht aus. Der war auch schon wieder der typische Mann. Kann ich aufs Klo gehen? Ja, schade. Oh, guck mal. So macht man das also. Ach so. Ja. Und jetzt, da ist dann die Verpackung von Mr. Handy. Mr. Handy. Mr. Handy. Ein weiteres, großartig. Schickes Produkt von General Atomics International. Das soll Codsworth erledigen. Ja. Schick mal. Also ich wollte mir auch mega Zeit lassen für das Spiel und alles in Ruhe erkunden. Abraxo. Wenn's richtig sauber werden soll. Ich rede ein bisschen depressiv. Ich will mich hier mal ein bisschen hinsetzen in mein Reich. Ich denke, wie die Sexisten wird sein. Wir spielen eine Frau, Leute. Wir spielen eine Frau. Mehr können wir auch nicht machen. Ja, mehr geht nicht. Was ist das? Das ist hier das zweite Reich. Wir machen erstmal die Tür zu. So, wird keiner sehen. Hier haben wir Sean gezeugt. Das wisst ihr noch gar nicht. Sean ist, also wer es noch nicht weiß, Sean ist unser Kind. Genau. Also nicht Tim und meins, sondern... Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Nicht? Ich bin so stolz auf ihn. Ich hab mich immer gefragt. Er ist ja wohl jetzt ein Ex-Militär. Ja, Veteran. Was ist sie denn? Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Erstmal Radio ausmachen hier. Schönes Bett. Das ist halt so diese typische Ami-von-damals-Wohnung. Ja, aus den 50ern. Entweder wird er ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Ja, eins von beiden. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber Sean wächst da schon noch rein. Spielzeug-Auto. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Autofahren lernt. Das denke ich nicht. Ach, guck mal. Das ist das Special. Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist? Eine Rasse. Das ist Sean. Das ist unser kleiner Piepmatz. Ich finde, der sieht super creepy aus. Ja, das Gesicht. Also, die Lippen sind sehr creepy irgendwie. Weil mir das aber auch das Auge, die Augen sehen total krass aus. Also, der hat so... Was hat der denn? Oh, guck mal. Blast Radius. Sehr cool. Jetzt haben wir noch hier. Ja, das kannst du einmal drehen. Boah, der sieht so gruselig aus. Der sieht echt ein bisschen. Bisschen wie auf P.T., dieser Viertelstab. Ich finde, ich beide weiß. Warum ist der so dunkel? Ja, das ist so ein bisschen... Da ist halt... Ich frage mich auch... Nate war halt nicht immer da. Der war ja halt im Krieg, ne? Ach so. Da gab es schon den Gärtner. Insta-Püree, fancy Lads-Kuchen, Blanko Mac & Cheese. Mindestens haltbar. Für immer. Das erklärt dann auch, warum man das dann noch entfordert, weil es futtert. Ja. Da ist Cowgirl. Ah, guten Morgen, Mann. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. So wie ich es mag. Und die neue Zeitung. Die Haare reingekommen. Ja, es hat ein heißer Kaffee. Eigentlich wäre wahrscheinlich Fahrenheit gewesen. Aber wahrscheinlich haben sie in der deutschen Version einfach Celsius rausgemacht. Das ist natürlich diese dumme Übersetzung da ein bisschen geschuldet. Oh, die Milch wurde geliefert. Oh, die Milch wurde geliefert. Ach so, ich wollte erstmal hier meinen Kaffee schlürfen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Rocknack. Rocknack, der Barbar im Dschungel der Fledermaus-Babys. Die gibt es auch auf dem Fallout. Also nicht in jedem. Ich weiß, ab 3 und New Vegas. Genau, sehr cool. Die Rocknack. Vault-Tag-Kalender. Don't forget to sign up and secure your future. Call today, Vault-Tag. Wer Vault-Tag nicht kennt, ist eine Firma, die diese Vaults herstellt. Genau. Und eigentlich sind die so ein bisschen zwiegelt. Also sind die... Das klingt ja erstmal nett, weil diese Vaults her schützen. Aber im Endeffekt sind es ja eher so experimentelle Kammeren, die experimentieren ja mit denen. Saddle up, Sarsberry-Steak. Genau. Ausgezeichnete Qualität. Ich finde dieses neue Design der Nuka-Cola-Flaschen total genial. Was ich hier noch gesehen habe, so kleine Sachen. Refill Handy-Fuel. Also vom Mr. Handy wieder aufpülen. Dinner with the Myers. Sehr cool. So kleine Details, die ich mir immer gerne raussuche. Kann ich hier das Becken? Ach, ich kann trinken. Ach, guck mal. Da läuft Wasser. Ach, immer dieser Vertreter. Ach, immer diese Vertreter. Wie geht's, Hanni? Machst du die Tür auf? Wenn ich aufmache, fragt er bestimmt wieder nur nach dir. Noch etwas früh, um mit dem Trinken anzufangen. Ach, das sieht aus wie ein Pipi-Becher. Oh, die Zeitung. Was ist denn da so? Immer nur das gleiche Zeug. Na, dachte ich mir schon. Was haben wir hier noch? Ah! Nur das weiß wer. Die hat Jura studiert. Die guten alten USA. Er war Ex-Militär und sie hat Jura studiert. Da steht er schon vor der Tür. Ja, und guckst du mal creepy rein. Da kann ich nicht lang. Ich schaue mich erstmal in Ruhe um. Der will was von mir, nicht ich von ihm. Was haben wir hier jetzt gehabt? Wer hat die denn hier liegen gelassen? Oh ja. Ja, ja. Ist nicht meine. Sind nicht meine, nee. Sehr cool. Vielleicht geht er wieder, wenn wir ihn ignorieren. Vielleicht geht er wieder, wenn wir ihn ignorieren. Ein Holoband-Abspielgerät. Guck mal, da liegen auch Holobänder drin. Oh ja. Ein paar alte Holoband-Aufnahmen. Okay, dann wollen wir doch mal den netten Herrn die Tür aufmachen. Warte, kannst du da nicht noch? Die kannst du nicht öffnen, rechts. Die hier? Nee, ich komme nicht weiter. Hast du schon mit Mr. Handy geredet? Guten Morgen. Ja, nee, jetzt sprech erstmal mit ihm. Pff, der kann warten. Da bist du doch. Achso, der ist weggegangen. Genießen Sie Ihren Kaffee, Ma'am. Ja, das tue ich. Ich genieße meinen Kaffee immer. Am besten schwarz. Ich werde Sie auch nicht lange stören. Kann ich das jetzt mit dem Pfeil tasten? Ja, aber drück einfach mit der Hau. Mal gucken, ich überleg mal. Also, ich wollte mal schauen. Also, Vault-Tag? Ah, geht. Vault-Tag? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Ma'am, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tag ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz, Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Natürlich, von äußerster Wichtigkeit. Ja, eine. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Runde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck. Ja, der Planet. Aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Schön. Ja, aber wir sind zu dritt. Hast du denn genug Platz? Genau. Aber ich habe Familie. Wir passen da alle rein, oder? Aber sicher. Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen. Im Falle einer unerwarteten, äh, total nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Er ist Bauchredner, oder? Ja, ab und zu. Erzähl mir mal mehr. Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Ich würde sagen, der hat mich überzeugt. Wir schreiben jetzt ein. Sarkastisch? Oder ja? Sarkastisch. Die Apokalypse? Da bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Ich glaube, ich musste mein Sarkasmus-Schild hochhalten. Ja. Also, wir können hier unsere Special-Attribute verteilen und unseren Namen eingeben. Tim und ich haben uns im Geistesblitz für einen Namen entschieden. Ja. Sophie. Sophie. Und warum haben wir den genommen? Weil Mr. Handy ja auch die Namen kennen. Und Sophie durfte er eigentlich kennen. Ich hoffe, er kennt sie. Wenn nicht, ja. Haben wir Pech gehabt. Ich hätte gerne eine Liste gehabt, aber ich habe leider keine gefunden, ehrlich gesagt. Ja. Wir haben auch hier schon... Wir wissen schon, wie wir das verteilen. Genau. Wir wissen schon, wie wir das verteilen. Also, Stärke repräsentiert deine reine physische Kraft, der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Da wir nicht auf Nahkampf gehen, werden wir da nur den einen Standardpunkt rein investieren. Genau. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und deinen sechsten Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im WAZ oder VATS. Genau. World System Target System. Genau. Boah, dass ich mir das merken konnte. Ich habe mir extra eine Liste gemacht, ja. Vorbereitet auf alles. Warum ist das rosa? Ja, okay. Wahrnehmung machen wir tatsächlich ganze 8 Punkte rein. Ausdauer. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Wir brauchen keine Ausdauer. Charisma. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Ich würde sagen, unser Charakter hat zwei schlagfertige Argumente. Deswegen auch kein Punkt in Charisma. Intelligenz. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Zum Beispiel ist Intelligenz gut, wenn man lesen will. Also, Intelligenz. Vier Punkte rein. Eigentlich, nachdem wir Jura studiert haben, müsste das ja mehr sein. Aber uns reichen erstmal die vier. Beweglichkeit. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Genau. Wir wollen ja ein bisschen aufs Wetz gehen und auf Schleichen später auch. Also, werden wir da ein paar mehr investieren. Und zwar, was habe ich aufgeschrieben? Fünf Punkte. Und dann haben wir Glück. Glück zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Da kommen wir jetzt in den Rest rein. Acht Punkte. Da sind ein paar sehr schöne Perks drin. Was das sind, werden wir später noch erklären. Genau. Und dann würde ich sagen, haben wir unsere Sophie erstmal geskillt. Ja. Ich muss mal gucken. Er annehmen. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ähm, danke nochmal. Prepare for the Future. Dann können wir ruhig schlafen. Es ist ein bisschen Papierkram. Ich setze mich mal hier zu meinem Nate. Schade, dass wir seinen Namen nicht ändern konnten. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Die typische schöne Familie. Aber wie würde sie halten? Ach, Miss Sophie. Er kann tatsächlich unseren Namen sagen. Irgendwie geil. Wir haben einen Jackpot geknackt. Na, Sean braucht seine Mutti. Dem muss mal ein bisschen die Brust gegeben werden. Geh, oh Schatz. Ich helfe dir gleich, okay? Ja, ja, klar. Vielleicht hängt er hier mit seiner Zigarette genau und den Burpen. Nee, mach. Ist ja alles gerecht hier. Was? Das macht es unseren mechanisierten Hellcats, umso leichter die trecken Kommunisten. Ah, jetzt zum Sport. So. Spielen wir mal ein bisschen mit unserem Baby. Ich hoffe, meine Kinder werden so nicht aussehen. Ich habe das Movie über seine Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Oh, Daddy hat die Wiege repariert. Wollen wir doch mal? Das mag der kleine Sean. Das ist dein Junge. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Na ja, meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was dann? Und was sollen wir dann tun? Sir? Ma'am? Das sollten Sie sich mal ansehen. Das klingt unruhend. Was ist los? Ah, ich kann ein bisschen die Kamera bewegen beim Gespräch noch. So, dann wollen wir doch mal gucken, was Coachworth da von uns möchte. Ja, wir folgen von Blitzen, Grellenblitzen, Explosionsgeräusche, wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partner sein, der scheint abgebrochen zu sein. Oh, nein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Please stand by. Oh, mein Gott. Wir müssen zum Wort. Auf, zum Wort. Los, lauft vor. Auf, doch schneller, Mann. Pass auf, schauen auf. Oh, wir können sprinten. Das erste Mal in einem Vollwurzspiel können wir sprinten. Stimmt, das können wir fahren. Sehr schön hier. Hier ist übrigens aus dem Logikfehler, in dem wir im Trailer, oder E3 gesagt haben. Hier sieht man doch diese Hubschrauber, diese Flugzeuge. Von der Broker, durchs Spiel. Ja, und eigentlich findet man die Pläne das erste Mal im ersten Teil. Und die sind vor der Apokalypse, sobald ich weiß, vielleicht kriege ich auch Mist, bevor ja noch nie gebaut wurde. Ich habe damals, als ich den Trailer gesehen habe, da ich die World of Steel gesehen habe, gedacht, das würde noch eine zweite Apokalypse spielen, weil ich gedacht habe, dass die World of Steel erst in der ersten Apokalypse entstanden ist. Wir müssen reiten. Wir stehen auf der Liste. Wir sind drauf. Wir werden die Reiter. Das werden, das müssen Sie. Lassen das Sie einfahren. Sehr gut. Da sind Sie. Ja. Sie beide, folgen Sie mir. Aber, ähm, die haben ja gesagt, das ist wohl, das ist wahrscheinlich gar nicht wie Barakalypse-Stil. Das ist nur die Power-Rüstung, die sie ja im Krieg erfunden haben. Ja, stimmt, aber das gibt es auch diese, eigentlich gibt es diese Konträger. Na, das kann sein, die Wörter-Birds, meinst du? Die wird auf die Platte, glaube ich, in die Mitte. Im ersten Teil, und das ist nach der Apokalypse. Also, die Pläne standen schon vorher, wurden aber vorher nie gebaut. Und das ist jetzt ein Volk, ne? Genau, hier geht es jetzt wohl runter. Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Na, der sieht schon nicht mehr so schwebt hier aus. Oh, mein Gott. Oh, 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 da kommt die Druckwelle, da kommt die Druckwelle. Wie geht das? Ah, da oben geht eine Klappe zu. Eigentlich müsste man schon, müsste man das auch schon dran machen. Also, bis jetzt finde ich es sehr geil. Also, es liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir es mega gehypt haben und vor dort nieben. Aber ich kann nicht meckern. Das war natürlich jetzt sehr abrupt, wo es losging. So. Ab jetzt beginnt alles, wovon ich keine Ahnung mehr habe. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Board 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Oh, schön. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Nate, kannst du mal vorlaufen? Alles okay? Das ist jetzt ein neues Zuhause. Na gut, wenn du das sagst. Das ist der Aufseher. Nee, das ist der Aufseher. Hallo. Sieht auf jeden Fall netter aus als der im dritten Teil. Ja, da war das ja auch so ein... Da war der Aufseher ja auch so ein Diktator. Mrs. Abel, geht es Ihnen gut? Die ist noch ein bisschen geschockt von der ganzen Sache hier. Das sieht sehr cool aus. Also viele haben gesagt, die Grafik wäre kacke und ich... Also ich finde es sehr stimmig. Klar, die Grafik könnte schöner sein, aber eigentlich gefällt sie mir sehr gut sogar. No Smoking. Ein bisschen bunter, das finde ich ja auch sehr, sehr gut. Ja, das finde ich auch meiner ist besser. Da vorne, bitte. Ah, die hat so ein Zeichen über dem Kopf. Das ist wahrscheinlich der Crest Tracker. Vault-Tag-Mitarbeiter. Und was jetzt? Das ist der Vault-Tag-Arzt. Ich traue immer einen Vault-Tag-Arzt. Sie drei. Nate, du kommst mit. Geh vor. Alles in Ordnung? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Na gut, ich bin froh. Die anderen sind natürlich auch großartig. So. Sehr schön, ey. Das sieht sehr geil aus. Also jetzt keine Grafikbombe. Das hier ist auch... Ja, aber... Es ist stimmig. Das, glaube ich, trifft sich am besten. Sie werden, glaube ich, auch sehr viel umschauen, die Welt hier begutachten. Entschuldigung. Ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Aber Vault-Tag wird stets für Sie da sein. Sie werden sich hier wohl... Und was man auch zu Vault-Tag sagen kann, das ist halt, wie vorhin, was sehr schwierig hier ist. Weil eigentlich an sich sind das Experimente und jeder Vault-Tag... Oder... Oh, jetzt ist ja der Konferen. Jeder Vault hat so einen anderen Schwerpunkt, wo Experimente sind. Ich glaube, man sieht schon, worauf das hier hinauslaufen wird. Ja, das sieht aus wie eine Kryostasis. Genau, das würde ich auch sagen. Dritten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Soll ich den Anzug... Also, eintreten und den Anzug meinst du? Bei dir alles gut? Er ist mein kleiner Held. Aber wie frieren Sie denn? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Schatz. Jetzt hat er gesagt, Schatz, kannst du mir mit Sean helfen? Scheiße, aber ich muss zu schnell. Er hat ja schon... Er hat ja schon einen Anzug an. Er auch? Ja, sieht so aus. Also, Tatsache, Sean wird mit dem Papier eingefroren. Ich will auch die Hand drauflegen. Tommy. Krass. Okay. Vorgang abgeschlossen. Dass der kleine Suche so eine Prozedur überstehen kann. Ja, das meinte ich vorhin. Oh, okay, wir werden eingefroren. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Oh. Das blendet gerade ein bisschen. Total. Erstmal einen Schluck Energy, damit ich gleich auch aufwachen kann. Fähigkeit beendet. Das ging ja schnell. Ja, um ja nicht viel mehr. Ich glaube, ein Kryostasis streit man nicht. Stimmt, das ist einfach so eingefroren, aufgewacht. Genau. Jetzt wäre nichts dazwischen vergangen. Okay. Ich kann mich umsehen. Das ist sie. Mysteriöse Figur. Mach sie auf. Oh, oh. Hey. Sieht nicht so friedlich aus. Nee. Hatten die vor... Das ist doch ein Radar. Der dachte ich mir, der Jocker hat. Also vor allem der Linke. Alles wird gut, okay. Das ist das Baby in Ruhe. Das ist mein Baby. Ey. Alter. Sie haben... Einfach unseren Mann erschossen. Dich kriegen wir. Du kleiner Bastard. Dein Gesicht habe ich mir gemerkt. Ist unser Mann jetzt einfach tot? Ich weiß nicht. Ich dachte, wir... Die haben unser Kind geklaut und unseren Mann getötet. Klingt irgendwie seltsam, wenn wir das so sagen. Aber wir müssen ja ein bisschen in die Rolle... Ich will mal in die Kamera da oben schauen. Genau. Out of character. O-O-C. Ich denke, ich werde jetzt noch in dieser Folge irgendwie... Die Vault abschließen. Ja. Und dann werden wir das hier erstmal... Bis zur nächsten Pause pausieren. Die direkt... Bis zur nächsten Pause pausieren. Bis zur nächsten Folge pausieren. Wir haben unseres Request begonnen. Zeitreise für Anfänger. Verlasse Vault 111. Ähm. Unser Mann ist da drinne. Ach, aktivieren. Komm schon. Es muss doch irgendwie aufgehen. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Oh, wir kriegen es tatsächlich auf. Oh, der sieht tot aus. Scheiße. Nate. Ich finde den, der das getan hat. Oh, wir haben den Ehering genommen. Und dann hole ich Sean zurück. Scheiße. Besprochen. Ich frage mich jetzt, wo sie sich wieder eingeschlafen hat, ob da noch die Zeit zwischen vergangen ist. Warum sollte Ort das tun? Ja, das weiß man jetzt nicht, ob da Zeit zwischen vergangen ist. Also das vielleicht jetzt schon schon erwachsen ist. Das kann natürlich sein. Man sieht ja nicht. Willkommen beim Termink von Roboco Industries. Danke für Vertrauen in Vault-Tec. Oh Gott, das habe ich rot gemacht. Ja, das ist rot. Das muss ich später mal ändern. Ja, können wir nach der Pause machen. Kryanlage Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngestellte Überbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Ah, mit Habis komme ich zurück. Lebenserhaltungssysteme. Lebenserhaltungssysteme Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Ach so, das ist genau dasselbe. Und dann wird wahrscheinlich hier. Ah, Kapsel C1 leer. C2 Mrs. Callahan. Verstorben. Todesursache ersticken. Aufgrund Versagen der Lebenserhaltungssysteme. Die sind wahrscheinlich alle, würde ich mal fast sagen, ersticken. Ja. Dann kommt Mr. Able. Guck mal, wenn er jetzt über ist. Ja, die sind alle, glaube ich mal. Was steht bei unserem Mann? Ne, ne. Komm schauen. Unbekannt. Mann oder Überbrücken. Der Kapseltür aktiviert. Das heißt, die haben nur ihn aufgemacht. Alle anderen sind jetzt unbekannt. Ferngesteuerte Überbrückung aktiviert. Ferngesteuert. Hat uns jemand rausgeholt. Oder Mr. Russell ist dann Lebenserhaltungssysteme. Das Einzige, was wir noch haben, ist die Kapsel C1. Die ist leer. Ja, kann man trotzdem mal reingekommen. Ungültig. Dann gehen wir hier raus. Natürlich auch sehr auffällig, dass eine leer ist, ne? Ja, eine. Ja, vielleicht ist jemand vor uns raus und hat... Ja, das meine ich. Das ist nur ein abgekartetes Spiel. Was wollen wir mit dem Kind? Mit dem Baby? Ich meine, der ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich gucke erst mal hier. Da scheint es weiter zu gehen. Und zu gegen mich, okay? Schrauben. Ah, ich kann hier schon ein paar Sachen einsammeln. Ich nehme erst mal mit. Ja. Später kann man immer noch rausschmeißen. Da sollen wir lang. Das heißt, ich gehe erst mal hier schauen. Ja. Ich gehe erst mal in die gegengesetzte Richtung. Genau, immer weg vom Crest-File. Oh, was haben wir da? Clipboard, Clipboard. Wir packen alles. Oh, und Vaultanzug sauber. Nehmen wir mit. Ist ja vielleicht nicht schlecht. Kannst du mal rausschmeißen? Ja, ich kann mal... Ach, hier. Jetzt sieht man uns mal im Vault. So, jetzt sehen wir auch um einiges besser aus, muss ich sagen. Ja. Weil das, was sie vorher anhatte, sah erschrecklich aus. Wir können ja auch mal ein bisschen so rumlaufen. Dann sieht man vielleicht mal... Sind das andere Kapseln? Ja, das sind andere Kapseln. Die scheinen aber auch alle tot zu sein. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ich liebe diese Atmosphäre hier. Wir können uns mal kurz hier am Terminal schauen. Willkommen. Das wird dasselbe sein. Also sind andere Kapseln hier. Aber die werden wahrscheinlich verstorben. Ja, alle mit dem Lebenserhaltungssystem. Und hier wird dann wahrscheinlich das Lebenserhaltungssystem offline. Da hat jemand hier versucht, alle umzubringen. Das ist ja schon mutwillig gewesen, würde ich mal sagen. Krass. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet unsere Kammer aufgehen sollte, aber die anderen zubleiben. Und da stand ja was von Vergesteuerte Öffnung. Ja. Das heißt, irgendjemand muss uns ja rausgelassen haben. Ja, vor allem, was... Oh. Auch gezielt... Ich würde doch mal... Oh, eine Redkakerlake. Ah, ich kann... Guck mal da, ein Schlagstock. Sehr gut gesehen. Kann ich auch wieder so wegstecken? Ach, guck mal. Oh, das ist cool. Ja, gedrückt halten wie damals zum... Ein- und Ausfahren. Was steht da? Warte, warte, warte. Safety first. Bei Borderlands war es Safety first. Er heißt ja nicht... Heißt er Pitboy? Eigentlich schon. Also, ich kenne ihn nur. Aber Pitboy ist doch eigentlich das Ding. Also, was du anhast. Oh, ein Stimmbag. Ich finde das Loot-System ganz cool. Man muss nicht mehr in das Inventar reingehen und pausiert damit das Spiel. So, Volt Sicherheitsanweisung. Oh, vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Volt 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissen menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von denen ihnen zugewiesen Pflichten abweichen. In Subordination oder Behinderung der Volt des Volt-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Okay. Was haben wir noch? Betriebsprotokoll Handbuch. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Volt Tech hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Volt-Bewohner zu helfen. Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Volt zu evakuieren. Hm. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Cryo-Kapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und, falls nötig, Gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren... Wie komme ich jetzt weiter? Gehe ich hier runter oder? Vielleicht geht es gar nicht weiter. Tab ist nur zurück. Ne, dann geht es wahrscheinlich nicht weiter, würde ich mal schätzen. Hm, okay. Ist ein bisschen... Ah doch! Ach. Runterscrollen. Ich kann ein Stück runterscrollen, aber dann war es das. Jetzt geht es. Kann ich Enter drücken? Ah! Präservierungskapseln sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Also mit Enter kann man weitermachen. Das war jetzt... War hier noch irgendwie was vielleicht? Achso, das war ja das, was wir gerade hatten. Ja, das war das, was wir jetzt gerade hatten. Und jetzt Mitarbeiterpflichten. Wissenschaftsteam. Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktion von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopolymonale und kognitive Aktivitäten müssen stündlich überprüft werden. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind. Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Okay, was haben wir hier? Sicherheits... Oh, sorry. Das ist manchmal noch ein bisschen, wenn ich hier bin. So, Sicherheitspatrouillen haben in einem konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Die Sicherheitsprioritäten... Prioritäten laufen... Folgendermaßen. Laufen, ne? Laufen folgendermaßen. Ja, bei lauten. Lauten. Ach, lauten. Ja, lauten folgendermaßen. Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen, nach Atmosphären-Lags suchen, Auseinandersetzung des Personals schlichten, Durchsetzen der Regeln des Aufsehers und Durchsetzen der Voltech-Regeln. So. Und Gebäudeverwaltung und Instandhaltung. Aufgrund der Natur von Volt... Ja, Natur, das hat mich irritiert. Aufgrund der Natur von Volt 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikationen erwartet. Beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessenesaufsehen. Da gab es ja im dritten Teil diese Tests... Genau. Äh, ich habe ja jetzt vergessen, wie die hießen. Warte mal jetzt... Ach, nein, zurück. Das ist noch ein bisschen hier schlammig. Jetzt wollte ich mal gucken. Was hatten wir? Genau, das hatten wir. Und dann ist noch... Ah, das ist, äh... Wallach. Buch, äh, Entwarnung, Evakuierung. Komm, schieß auch mal wieder was. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Voltech die Oberflächen nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, Weiterangriffe und anderen Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Voltech-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht im Voltech in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Voltech-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert, aha, um sie kümmern, nachdem das Personal von Volte 111 evakuiert wurde. Obligatorische Schutzzeit Volt 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Volt lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Voltech eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeiter von Volt 111 gestattet, dem Volt während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten einen Entwarnungsnachricht von Voltech. Also sie hatten schon ihre genauen Vorstellungen, wie das Ganze hier ablaufen soll. Hier wollte ich mal kurz gucken, ob es da noch weiter ging. Nein. Das heißt, wir haben jetzt noch das hier. Wow, ganz schön viel. Samstag, 23. September oder so. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reingeholt. Es haben sich alle geschafft. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor wir sie von bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen. Da scheint noch irgendwas. Am klären 25. Dezember 2077. Weihnachten unter der Erde. Habe mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein Fancy Let's Kuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie etwas von uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die Hohentiere bestimmt ist? Ach egal. Nur noch ein paar Monate. Dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Dann haben wir den Montag, 14. März 1980. Ja, schon nächstes Jahr. Schon nächstes Jahr. Schon vier, fünf Monate her. Nur noch ein paar Wochen. Dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es keine Entwarnungssignal geben wird. Hier unten könnten wir nicht mehr lange bleiben. Können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über sechs Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas. Da bin ich mir sicher. Hier geht irgendwas Übles vor. Das spüre ich. Ja, das scheint schon nach Haussegen ein bisschen schief zu hängen. Dann haben wir den 23. April. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttrindel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des wissenschaftlichen Teams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit klingt, als gäbe es noch mehr unzufrieden. So, und jetzt kommt der letzte Eintrag ohne Datum. Das war auch schon in der dritten Teil der Bundes, dass der Aufseher einen Hintereingang hatte. Stimmt. Es kommt kein Entwarnungssignal von Vault-Tag. Ich muss mal kurz das Mikro machen. Es geht immer ein bisschen runter. Es kommt kein Entwarnungssignal von Vault-Tag. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzcracker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollten ihm unser Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin geben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault auf die eine oder andere Weise. So, ihr seht schon, wir werden alles in Ruhe lesen und durchschauen. Das war jetzt sehr aufschlussreich. Sogar die Mitarbeiter scheinen nicht gerade zufrieden zu sein mit dem, was hier abging. Wie man sieht, hatte der Aufseher wieder den längeren Hebel. Ja, das ist wie in allen Teilen. Ja, also, wie wollt du jetzt noch machen für die erste Folge? Ja, ich gehe jetzt noch, also ich versuche, jetzt noch aus der Vault rauszukommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen länger, als ich geplant hatte, aber solange jetzt nicht wieder ein... Oh, das ist... Red Kakerlaken. Oh, ich habe schon ein Red und Red Kakerlakenfleisch. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Terminals kommen, wo man so viel lesen muss. Ich nehme hier mal alles mit. Bierflaschen. Man hat ja gesagt, damals auf der E3, dass man alles gebrauchen kann, dass es keinen Schrott mehr gibt, der für nichts da ist. Freizeitterminal. Haha, doch wieder was zu lesen. Aufsehermemo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminal ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jetzt wieder rufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10. Rick, das scheint irgendwie so eine Liste zu sein. Tim ist der Zweite. Ähm, ja. Top 10, vielleicht von Mitarbeitern. Ja. Band abspielen. Oh. Oh. Das ist sowas wie, äh... Donkey Kong. Ja. Wuhu. Ähm. How high can you get? Kann ich springen? Okay. Ich, also, ich glaube, das kann man später auch auf seinem Pip-Boy spielen, so wie ich das jetzt schon, äh... Ja, da gibt's auch ein paar Mal gesehen hat. Ja. Ich meine, da oben gibt's einen Helm. Ja. Lass mal, lass den noch, oder? Ja, warte, warte, warte. Jetzt bist du bereit. So lebst du nicht. Uh, 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 uh. Kannst du springen? Ach nee, ach, du machst das denn kaputt. Ach, in der Power rüstet kann... Ah, okay. Ja, okay. Ja, ich glaube, wir wissen alle, wie das geht. Das können wir später mal, äh, ausführlich testen. Okay, hier haben wir die Küche. Ein Let's Play, äh... Let's Play, play, play. Ein Let's Play im Let's Play. Das ist doch mal was, oder? So, was haben wir hier? Kühlschrank? Kühlschrank, aber da... Transfer. Da kann ich wahrscheinlich die Sachen... Ey, was heißt denn? ... in mein Inventar da reinpacken. Ich würde da nichts draus trinken. Nee, hatte ich nicht vor. Nee, ach so. Ja, gut. Hier könnte ich jetzt schlafen. Muss heute in Bewegung bleiben. Okay. Muss in Bewegung bleiben. Ja, ich muss ja... Wir müssen ja ganz dringend raus. Hier kann ich eigentlich... Wie kann ich mal... Ach so, ich habe ja noch gar kein Pip-Boy. Haha. Dann kann ich natürlich auch kein Licht anmachen. Also hier scheint nichts mehr zu sein. Dann gehe ich mal... Ja, durch diese Tür. Wie geil der ist. Ja. Na, der ist tot. Das Geburtstag... Oh, geht doch nicht. Alles mit... Au! Deswegen. Also das scheint aber in Zerwallen zu kommen. Ja, ja. Vorsicht links von dir. Da ist noch... Oh! Katsching! Oh, ich kann blocken? Okay. E-kelhaft. Was stand das? Äh, kam gerade als Meldung oben. Ah, okay. So, aber so als, äh, kurzer Block. Mhm. Also so Timing-Block. Kann man eigentlich... Muss ja eigentlich noch... Ah, okay, das geht. Das ist aber auch neu, das gab's vorher. Doch, das gab's vorher auch. Da war's nur auf Ypsilon. Okay, hab ich wahrscheinlich gewonnen. Okay. Die machen schon ein bisschen Schaden. Wir spielen auf schwer. Also... Ja, das haben wir auch gar nicht erwähnt, ne? Ja, wir... Wir spielen übrigens auf schwer. Wir wollten ein bisschen, äh, Herausforderung. Oh, guck mal. Stimpacks. Stimpacks, aber... Gerade wenig. Stimpacks stellen bis zu 30% der maximalen Gesundheit wieder her. Ein... Uh... Da war der Stimpack... Oh. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Merkt sie jetzt? Oh, Aufseher-Terminal. Das ist Aufseher-Terminal. Ich würde sagen... Das Terminal in der nächsten Folge. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn du dann so... Gerade bei so Open World... Mit in der Mission oder so was. Ja, in so einem Open World. Wir haben uns ja vorgenommen, also Tim und ich... Genau. ...dass wir uns aufschreiben, was wir noch nicht machen können. Und ich würde sagen, du kannst dir jetzt aufschreiben, dass wir da noch nicht drankommen. Okay, äh, warte. Das ist dann... Ich hole ich mir später. World 111. 111. Was? Warte, bleib mal da. Äh... Kryolator. In Klammern Schloss. Ja, das hatte ich so vor. Oh, äh, schreib noch dazu, äh... Meister. Ich denke mal, das wird jetzt die Stufe seines Entsperrungs. Meister. So, äh... Da geht's weiter, gehe ich jetzt noch nicht lang. Wir haben eine Knarre. Wie ist das jetzt eigentlich mit Waffe? Baukriegsgeld, Leihstift. Haar-Klammer. Ah. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, denke ich mal. Ja, nur. Abgeschlossen. Ist zu schwer. Ja, vielleicht finden wir sie ja noch hier. Irgendwo den Schlüssel oder so, weiß ich ja nicht. Das kann natürlich auch sein. So. Ja. Ich würde sagen, so schwer es mir fällt, machen wir hier den ersten Cut. In der nächsten Folge geht's dann hier mit dem Terminal weiter und da raus. Und... Gott, ich bin... Ich bin... So angehypt. In dem Spiel, ich war vor dem Spiel gehypt und ich bin jetzt schon mehr gehypt. Also Leute, es geht so schnell weiter, wie wir es schaffen. Ciao, ciao. Ciao.